Musik Angenommen, Sie wurden angefahren und Sie liegen sterbend auf der Straße und Sie haben gerade noch Zeit, einen Song zu singen. Ein Song, der die Leute an Sie erinnert, bevor sie zu Staub werden. Ein Song, der Sie zeigt, wie Sie wirklich sind. Das ist die Art von Song, der die Menschen bewegt. Hallo, ich bin Johnny Cash. Sag mal, wie bist du eigentlich auf diesen Sound gekommen? Kraftvoll wie ein Zug, scharf wie ein Rasiermesser. Wir würden schneller spielen, wenn wir könnten. Für unsere Songs kommen wir sowieso in die Hölle. Und was ist mit mir, Jerry Lee? Komme ich auch in die Hölle? Nein, June, du bist wunderschön. John. Tut mir leid, es ist einfach so passiert. Wieso stehst du nicht einmal zu dem, was du tust? Komm schon, Baby. Baby, 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 Baby. Sag mir, dass du mich nicht liebst. Ich liebe dich nicht. Lieb, nein. Mr. Cash, ich schlage vor, dass Sie keine Songs mehr spielen, die die Insassen daran erinnern, dass sie hier im Gefängnis sind. Glauben Sie, die haben es vergessen? Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon. Und was ist mit dem Schwarz? Sieht ganz nach einer Beerdigung aus. Und Fanshow. Walk the Line. Walk the Line.